Der Geist von St. Germanshof. Die Grenzen werden geöffnet. Der Studentensturm 2022. Schengen wiederbeleben und den Assistenzeinsatz beenden, Europa erweitern und ein gemeinsames Europa über alle Grenzen hinaus. Von der Ukraine bis in Kosovo, Albanien, Mazedonien, alle dabei und keine Grenzen mehr innerhalb Europas. Das ist der Geist von St. Germanshof. Hier am Ort, wo das europäische Picknick 1998 stattgefunden hat, um Europa zu vereinen, den Kalten Krieg zu beenden und den eisernen Vorhang, der Europa so lange geteilt hat, zu überwinden, sind wir heute hierher gekommen, um den Geist von St. Germanshof am 6. August 1950, am 6. August 2022 wiederzubeleben. Herzlichen Dank für ein vereintes Europa, für ein vereintes Schengen, für offene Grenzen innerhalb Europas. Okay.